150.000 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet wurden. Es braucht die Solidarität von Europa. Es ist ein europäisches Problem. Die Europäer müssen dieses Problem in den Griff bekommen. Das Mittelmeer ist ein europäisches Meer und nicht nur ein griechisches und italianisches Meer. Heute erreichten gut über 1.000 Flüchtlinge den Süden Italiens. Für heute Nacht und morgen werden mehr als 3.000 erratet.